Aaaaaaah! Aaaaaaah! So, wir beide meine Clown Bastards! Willkommen zu einem neuen, aggressiven Video heute, Freunde! Denn wir reagieren heute auf die Fortnite-Ausraster, die uns... ...komplett aus dem Leben nehmen werden, Freunde! Und heute habe ich meinen Freund mit dabei, und zwar den lieben Lucas, a wife HD! Ich habe gerade richtig Angst, mit dir aufzunehmen, Mann! Junge, wir fangen an und du... Aaaaaaah! Die Schnauze! Wir fangen jetzt an! Ah, chillig! Lasst ein Abo und Like da, sonst verprügel ich euch bei der Tastatur! Fortnite-Legion! Fortnite-Legion! Okay, Freunde, könnt ihr natürlich auch abchecken! I'm just dead! I'm dead! Yes, you! Jaaaaah! Der hat Fortnite-Fach, okay! Ey, Real Talk, ich liebe diese Ausraster, die das heißt! Oh, es ist echt zu gut, Real Talk! Was ist denn? Oh, Kinder? Standard-Skill, äh... Facecam? Was ist Standard-Skill? Klar, Standard-Skill Facecam! Ach so, Facecam, okay! I'm genuinely so confused! Boom! Yo! Oh, er hat die Hand gebrochen oder so wahrscheinlich, Nigger! Oh, er hat die Hand gebrochen! Jetzt legt er sich hin! Oh... Ah, Skopestyle! Oh, ich dachte gerade, das ist ein Drachenlord! Oh, da ist ein Auto drin! Hä?! Das ist ein Auto! Hä?! Der ist geistesgestört. Do-Do-Dool. Was hat der für einen Namen, Junge? Okay, aber er ist clean am editieren bis jetzt? Aber guck mal! Er sieht auch nicht so aus wie Als wenn er jetzt komplett ausrastet. Kurz Minecraft-Dinger geworden, Villager. Okay, các bạn. Okay, okay, okay. Bro! How do I die? Oha! Oha Handcam? Oha! Oh, oh, was ist gelöst! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, mate! Oh, mate! Das Mikrofon! Oh, joi! Jahoho! Digga, einfach dings ummerkörperfrei, Digga. Was geht bei dem? Ja, das Linden, Digga. Von rechts, er sieht's nicht! Nein! Kunst, totes! Frei Willkommen, Digga! Und was ist das für ein Typ? Wo willst du deine Facecam hin machen? Digger, einfach... Normalerweise YouTuber machen die so, keine Ahnung, oben rechts, oben links, eher einfach so mittig. Random irgendwo hin, Digger. Ach, Bruder. Das war Karma für deine Facecam. Ich schwör, Digger. I hate this! I wanna break my shirt off! Ja, ich wollt grad sagen, Digger, er hat nicht so viel Kraft. Oh, Chica? Oh, Chica? Die haben wir aber schon oft gesehen. Okay, die zieht sich runter. Zone, sie sterbt an Zone. Und bekommt Pressure. Ja, was ist noch? Oh, die macht Beat! Alter! Okay, man. Wild! Die Facecam ist zu wild. Da seh ich auch richtig oft aus. Ich sag dir ehrlich, das ist die wilde. Oh, aber kranker Spieler. Ja! Ja! Alles, alles öffnet sich. Okay. Der war eben schon mal, glaub ich. Äh, ne, ich glaub nicht. Boah, Klieger hat neun HP, Digger. Yo, yo! Bro! Peter Kapp! Ja, genau! Die stacken everyone. Junge, wie schnell die aber auch redetieren. Ich schwör, ist... Aber... Das ist so die Rage hat, die jene hat, oder? Safe, safe, safe. Wenn irgendwas ist, einfach auf mich geschlagen. Aber das hört sich doch nicht so an, wie es bei denen sich das anhört. Du musst dir vorstellen, die haben alle verschiedene Mikrofone und auf die stehen halt nicht so wie bei uns. Ich mach mal. Ja? Hast du mal was gehört? Ja, können wir jetzt weitermachen, oder? Ja, machen wir weiter. Ja, danke, Mann. Okay, perfekt. Jumal, Digga! Das ist richtiger Bastel, Digga! Ja, der ist ja auch editiert! Und mit Wunder geschmitten! Das ist nicht in echt so! Digga, Odo, Mann, Junge! Ey, ist doch zu lustig, wenn du das so machst! Ey, Freunde, der ist so lustig, was ich... Auch, by the way, diese Hintergrundmusik hier, die läuft auch ingame, ne? Das weißt du hoffentlich. Ja, gut, danke. Und die Facecam ist in Fortnite drin, das kann ich nicht mehr spielen. Nein! Boah, krank! Okay. Okay. Okay, dann. Ich stell wohl! Facecam weg! Einfach weg, Bro! Oh, tschüss! Boah, der sieht aus. Oh, 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 oh! Ey, ganz kurz, bevor wir in den Clip gucken, guck mal in sein Gesicht. Er hat jetzt schon so dieses... Kennst ihr das, wenn die Fortnite zocken? Ihr seid schon richtig aggressiv, Junge, wenn da eigentlich was passieren, vorbei, Digga! Ich schwör. Jetzt geht's los. Oh. Oh. Bruder, er ist aber... Motherf*****! Ich schwör, aber du hattest recht. Aber, Digga, Bruder, er war ja ganz anders los. Alter. Cleaner Hit. Oha, oh. Oh, das ist noch einer? Nein, oh mein Gott. Bro, my mouse... My mouse... My mouse just f***ing... Bro! Boah, ich hasse es aber auch. Yo! My mouse just f***ing, bro. Chill, chill, chill. I need to shut my mouse. Oh, wieder Agent Jeff. Agent Jeff, Digga. Der war voll... Ja. Ja. Tina Dames, Digga, Alter. Boah, Digga, die haut sich gegen Knie oder so. Und jetzt erstmal heulen. Erstmal weinen. Erstmal ein bisschen heulen, Freunde. Erstmal ein bisschen weinen. So wie du gestern Abend. Alter, verdammt. Oh. Oh. Cleaner Hit. Let's go, let's go. Digga! Ah, wo ist er? Er ist einfach in Falltür reingefallen oder so, Digga. Oh mein Gott, Freunde. Okay. Ey, Bruder. Uh! Damn it! Damn it! Junge, die ganzen Clips, ne? Grad, der hatte 200 HP, verteilt einen 80er Hit und stirbt trotzdem noch. Wie viel Anlag haben die aber auch? Ja, es ist unnormal. Unnormal eklig. Nein! Wollen fünfmal. War der Deutsch? Oh. Ne, ne. Hey, was macht der? Er macht Dings, die macht Cap Tonic mit seinem Mikro... äh, Headset, Digga. Bruder. Ja, chillig, ne. Hey, warum macht der sich selbst? Ja, wegen Kotominogeni. Ah, chillig, chillig, chillig. Der, 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 okay. Guck sein Gesicht schnell, ich riech das schon. Ich guck, ich guck, ich guck. Er ist so kurz davor, Jürgen. Pass auf. Warte. Ah, ne, ich glaub sein Kollege. Der ist so kurz danach. Was geht ab? Der bockt gerade sein Zimmer kaputt. Hä, wo kommt der, der, der?! He, fucking kidding me. Oh. Oh, das war grad blieb. Nein. Ja! Oh, 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 oh! Die Platze! Die Platze! Fall auf! Bitte! Bitte! Nein! Da ist er wieder. Da ist er wieder. Er hat gar keinen Bock, Bro. Er hat gar keinen Bock mehr. Oh, oh. Das war's. This game is f****** gone! Oh my god, I literally can't do anything. I'm just getting... Was? Okay, aber es ist immer noch... Oh, Chica ist wieder back. Ja? Okay, Freunde. Guck mal auf. Are you kidding me? No, you gotta be kidding me. Please, please stop me. Also ich glaube, die ist nur ein Video, äh... Ich glaube, ähm... Für... Für... Aufwertungs... Der hat zwar ausgerastet, aber die ist halt langweilig. Sie macht jedes Mal... Sie stirbt und macht den. Ja, einfach nur... Ey, our guys are kidding me. Ja, safe. Ah, einfach schade. Warum sind wir eigentlich wieder drin? Ich weiß nicht, weil wir nie austauschen. Das ist am wenigsten schade. Am meisten schade. Sack... Sackboostert. Das hat immer sein. Sackboostert. Die Sackboostert. Die Sackboostert. Die Sackboostert. Guck mal. Wir beworfen uns so 13 Jahre altes Maul jetzt, man. Okay, let's go. Start jetzt! Mach weiter! Tria! Oh, da sind ein paar Tassen rausgeflogen, Digga. Auf seinem T-Shirt ist er eine Jungfrau. Es... Egal. Tria. Okay. Und dort. Yo, yo. Okay. Okay. Der ist deutsch, oder? Einfach Hippie, Digga. Nee. Hippie Habitat. Einfach dein Laser. Digga, ich fühl das aber so hart, wenn du von allen Seiten Laser kriegst. Safe, safe. Oh, oh, oh! Okay. Irgendwas ist runtergefallen, Digga. Er guckt selber so... Twitch Tommys. Ist auch Franzose. Oh! Boah, 14.000 Arena. Digga. Oh! Yo! Yo! Bro, das war die Faust des Lebens, Digga. What? Ey, warte mal. Er ist nicht deutsch, aber hört... Doch, er ist deutsch. Er ist deutsch. Was? Cringe, man. Er ist deutsch. Er hört Bobas a la Bobas Simla. Bobas a la Bobas. G活, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs. Gnream! removedrealization. You have a puss. Hier ist noch spiel du Wens. Ja, ja! Geil, Digga. Geiler Team. Ich heu Finaliere. Ja, Jeg Jeg Jeg! Ist all das sanitische. Ich kriege da ngum聊. Oh, ja. ching! Ich leic inf одноap Level. Bro, was geht hier gerade ab? Better bitcoin. Um es genau um... Warte, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal geweint habt, wegen einem Videogame. Nein, ich hab noch nie geweint. Ich auch noch nie, Digga. Boah, das ist so der Ausraster, der nicht rauskommt. Er ist noch in ihm drin. Er ist noch drin, Digga. Er schlägt seinen Kopf am Tisch. Oh, den hatten wir eben schon. Ja. Come on, come on. Oh, Digga. Bro, was macht ihr? Boah. Yo. Standbild. Perfekt. Die hatten wir auch schon. Die Alexa. Ah, Alexa. Hey, Alexa, man. Hä? Woher? Ähm. Oh, ja. Gut. Okay. Ich bin zum Dinosaurier geworden. Alles klar, Digga. Ja, und jetzt. Laser in der Luft. Easy Jeff, Digga. Easy Jeff. Da ist er, Digga. Uuuuuh. Ah, okay, okay. I can't, I can't. Shit, der Arme. I can't, I can't. Der Arme, der darf schon immer safe gewesen. Ich schwöre, ja. I can't. Warum weißt du? I can't. Ah. Oh, lol. Wo kommt der her? Oh. 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 Irgendwas runtergefallen im Hintergrund. Oh shit. Da ist er wieder. Ja. Boom. Oh. What the? What the? What the? Yo. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Die Leute gehen einfach durch. Are you serious? Bro, who play? I'm done. Bro, I'm actually getting off. Shit. Chill. Ey, weißt du, wer fehlt? Unser Headbang-Typ. Stimmt. Unser Headbang-Typ. Und der Typ war irgendwo da. Jo, die Pflanze wieder. Oh, ist die Drogo! Soll ich? Auch die Pflanze war nicht. The Grafk. Totillo los de la... Totillo los de la... Totillo los de la... Totillo los de la... Boah, Junge, er baut übelst gut. Me quedo bugeao con una rampa los de la... Er baut zu lang. This game! This game go win! Yo. Chill dich, Digga. Immer mit der Ruhe, Mann. Please God! Please God! Let me win! Let me win! Please! Er spielt Zone Wars Tilted Towers. Als wäre jetzt irgendwas krassig, Junge. Ich schwöre, Digga! What? Let me win! Let me win! Please! Okay, okay. Oh, er ist letzter. Komm her, er ist letzter. Er hat null Punkte. Yes! Blaze! 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 Hat grad dreimal Blaze gesagt. Junge, was war das für ein Klips, Leute, Digga. Oh mein Gott, Freunde, das war geistesgestört. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst euch ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal. Wipes den Kanal ab. Denn da haben wir auch was aufgenommen, Freunde. Und ich will mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Peace out! Ciao! Oop eh! Oop eh! Oop eh! Oop eh! O bes